Sie suchen einen starken Partner in der Region? Go Ahead ist seit 30 Jahren im Geschäft. Und mit über 26.000 Mitarbeitern einer der führenden Betreiber von Bus- und Schienenverkehr. Wir leisten einen wichtigen Beitrag für einen umweltbewussten und sozialverantwortlichen Bahnverkehr. Sie vertrauen auf Erfahrung? Go Ahead bringt Millionen Menschen sicher zu ihrem Arbeitsplatz, zu ihren Freunden und zur Familie. In Großbritannien auf über 120 Millionen Zugkilometern im Jahr. Und bald auch in Deutschland. Sie schätzen nachhaltige Konzepte? Modernste Fahrzeuge mit einem hohen Komfort gehören zu unserer Grundausstattung. Ob Bus oder Bahn, intelligente Mobilitätsangebote machen uns die Arbeit leichter. Ein perfekter Service ist für uns selbstverständlich. Ob in der Kundenbetreuung oder bei den Zugbegleitern. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung? Bei uns arbeiten viele interessante Menschen zusammen und achten auf ein kollegiales und vertrauliches Miteinander. Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter ist unser größtes Kapital. Es ist unser Ziel, ein bevorzugter Arbeitgeber zu werden. Berufsanfänger und Quereinsteiger sind uns willkommen. In enger Partnerschaft zur Industrie, zur Politik und zu den Bürgern gestalten wir die Region mit, in der wir arbeiten. Wir sind Go Ahead. Eine Verbindung, auf die Sie zählen können.